Musik Dienstagabend im BRL Fernsehen, hier ist der Treffpunkt. Guten Abend. Wir möchten Ihnen heute Abend Musik vorstellen in unserer Sendung, die Sie live erleben können in Ost-Belgien am 25. März zum Beispiel in Bütchenbach in der alten Schule. Das ist ein Sonntag und werden Sie dort auftreten. Es ist ein Musikquartett. Zwei von Ihnen sind bei uns heute Abend zu Gast. Sie sind die Namensgeber Silvia und Daniel, heißen die beiden und das Quartett dann insgesamt Syl & Dan. Herzlich willkommen euch beiden. Hallo. Hallo. Das liegt daran, dass ihr beide erst angefangen habt und dann kamen die beiden anderen hinzu. Richtig. Wir haben 2007 als Duo angefangen und unsere Freunde sind dann 2008 zu uns gestoßen. Und ändert das dann alles, wenn dann auf einmal aus zwei dann vier werden? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten das eigentlich gar nicht geplant. Wir wollten schön als Duo weitermachen. Wir haben beide viel Band-Erfahrung vorher gehabt und gesagt, nee, Band ist eigentlich nicht mehr unser Ding. Das ist zu stressig. Das ist zu stressig, genau. Aber dann kamen die beiden auf uns zu und meinten, da kann man so viel mehr draus machen. Und dann haben wir das probiert und es hat sich als Glücksfall herausgestellt. Genau. Ja, wir haben uns aber abgelegt zu zweit zu spielen, weil wir einfach zu viert viel mehr Spaß haben und auch viel facettenreicher uns präsentieren können. Und es fehlt immer was, wenn die zwei nicht dabei sind. Also Schlagzeug und Bass in dem Fall. So ein bisschen was geht's, auch wenn wir beide jetzt weder Schlagzeug noch Bass spielen können. Ihr habt uns Musik mitgebracht. Zwei Stücke werden wir hören heute Abend von euch. Das erste heißt Weitergehen. Was ist es für ein Song? Das ist unser aktueller Videosong. Wir haben ein Video produziert. Und ja, da geht es darum, dass es immer weiter geht. Das ist meine Aussage. Also, meine Damen und Herren, im WAF-Fernsehen, jetzt Still and Dan mit Weitergehen. Ich, ich weiß nicht, wohin soll das gehen. Wird sich morgen diese Welt noch drehen, mich zerreißt diese Ungewissheit. Doch es wird weiter gehen. Vertrau mir, ist auch kein Weg zu sehen. Ich helf dir, wir halten unsere Hand. Gemeinsam wird niemand mehr allein und einsam sein. Ich werf die Ängste in die Flut. Tief in mir finde ich den Hut. Aufzustehen, durchs Dunkelland zu gehen. Gott, 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 Gott. Denn es wird weiter gehen. Denn es wird weiter gehen. Vertrau mir, ist auch kein Weg zu sehen. Ich helf dir, wir halten unsere Hand. Gemeinsam wird niemand mehr allein und einsam sein. Ich bin bereit bereit. Bereit. Jetzt ist die Zeit. Komm, Gott, 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 Gott. Denn es wird weiter gehen. Vertrau mir, ist auch kein Weg zu sehen. Ich helf dir, wir halten unsere Hand. Gemeinsam wird niemand mehr allein, und einsam sein spürst du sie, die Stille, in dir der klare Wille, zu leben, zu schweben, dich frei und ganz zu geben, wir halten unsere Hand, Gemeinsam wird niemand mehr allein, und einsam sein. Vielen Dank, weitergehen von Still and Then im VR Fernsehen. Das mit dem zweistimmigen, das könnt ihr aber, das ist wirklich beeindruckend.